Das Ostercamp 2012 im Golfclub St. Leon Roth startete mit 27 Kindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, die sich auf eine tolle Woche freuten. Das Ostercamp 2012 im Golfclub St. Leon Roth startete mit 27 Kindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, die sich auf eine tolle Woche freuten. Wenn es geht, dann läuft es. Take me by the tongue and I'll know you. Catch me till you're drunk and I'll show you all that moves like Jagger. I got some moves like Jagger. I got that moves like Jagger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Golfclub St. Leonroth bedankt sich bei allen Kindern für die aktive Teilnahme, bei den Trainern und Betreuern und freut sich schon auf die nächsten Feriencamps. Das letzte Wort haben nur noch einmal die Kinder. Das Camp fand ich super, weil man da viele Möglichkeiten hatte, um zu trainieren, vor allem mit dem Partner. Und am Ende durften wir sogar noch ein Turnier spielen, das fand ich am besten. Ich fand das Ostercamp gut, weil es einfach Spaß macht und vor allem gibt's Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.